... recht unbeständig und kühl. Ab Dienstag wieder freundlicher. Vielen Dank. Die Abendschau wurde ermöglicht durch Ihre Gebühren. Weitere Informationen auf Videotexttafel 476. Parteien zur Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2011. Dazu sehen Sie jetzt Wahlwerbung der Bergpartei, die Überpartei B. Für den Inhalt der Spots sind ausschließlich die Parteien verantwortlich. Anfall hat es, die Konzerne zu vermindern. Die Gäste von Berlin wurden in einer Ebene Knochen gescheitert. Die Straßen der Spots sind eingelog der Spots, die für die Schmerzen entstanden sind. Die Staten überlegen, dass sie die Knochen gescheitert sind. Die Staten überlegen, die Schmerzen über Kai. Geh, die Knochen! Parteien zur Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2011. Dazu sahen Sie einen Wahlwerbespot der Bergpartei, die Überpartei B.